Diese Bilder gingen um die Welt. Am 20. April 2010 ging die Deepwater Horizon in Flammen auf. Nach zwei Tagen sank die Plattform. Die Folgen für Menschen und Umwelt waren verheerend. Wie viele Millionen Liter Öl ins Meer liefen, weiß allerdings niemand genau. Die USA gehen von viel mehr aus als BP und deshalb fordern US-Regierung und mehrere Bundesstaaten umgerechnet mehr als 15 Milliarden Euro Schadenersatz. Der Prozess ist wichtig, weil wir wollen, dass BP bezahlt. Der Konzern soll zur Verantwortung gezogen werden, dafür, dass er Profit über das Leben von Menschen und Vögeln gestellt hat, über unsere Meerestiere und über unsere Wirtschaft. Die Amerikaner mussten dafür bezahlen und jetzt wollen wir, dass BP dafür bezahlt. BP hält die Forderungen der Kläger für überzogen und verweist darauf, sich schon zur Zahlung von umgerechnet 30 Milliarden Euro verpflichtet zu haben. Einen Großteil der Verantwortung trage zudem der Betreiber der Insel, die Schweizer Firma TransOcean sowie der Subunternehmer Halliburton. Trotzdem halten es Beobachter für möglich, dass sich BP und die USA auf eine Summe einigen, bevor ein Urteil fällt, um Monate oder gar jahrelange Gerichtsverhandlungen zu vermeiden. Sanatische Berichtete Vielen Dank.